Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um ein etwas anderes Thema. Das Thema ist noch aktuell, denn Corona ist immer noch und ich denke, es wird auch noch eine Weile dauern. Allerdings ist es auch nicht ein ganz, also ein Video, was ganz zur Anfangssituation von Corona passt. Aber trotzdem möchte ich euch mal gerne diese Information geben, denn viele Leute haben natürlich auch Angst um ihre Haustiere, ob diese Corona bekommen können oder ob man generell Tiere anstecken kann. Und es ist natürlich so, dass man Viren auf Tiere übertragen kann und dass man auch Krankheiten, Bakterien etc. auf Tiere übertragen kann. Jetzt ist aber die Frage, ob Wellensittiche Corona bekommen können, also an Corona erkranken können und eventuell auch daran sterben können. Ob es Anzeichen dafür gibt, also Krankheitsanzeichen. Es ist zum allerersten mal so, ich kann euch beruhigen, es gibt keinen nachweislichen Fall, in dem ein Wellensittich Corona hatte oder hat oder daran gestorben ist. Also bis jetzt ist nichts bekannt im Zusammenhang mit Corona und einem Wellensittich. Also kann man soweit sagen, dass ein Wellensittich bis jetzt noch nie Corona bekommen hat. Ich denke auch nicht, dass ein Wellensittich Corona bekommen kann. Allerdings könnt ihr natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit nicht direkt die, also ihr könnt natürlich trotzdem Viren und Bakterien und Krankheiten auf die Tiere übertragen. Deshalb solltet ihr trotzdem immer aufpassen. Also ihr solltet jetzt, wenn ihr an Corona erkrankt seid, trotzdem nicht viel im Kontakt mit euren Wellensittichen sein. Sondern eine andere Person organisieren, die sich dann in dem Zeitraum um eure Wellensittiche oder egal um welche Tiere ihr habt, kümmert. Denn trotzdem kann man Bakterien und so übertragen und man sollte es auch nicht fördern. Also wenn ihr an Corona erkrankt seid, dann haltet einfach auch Abstand zu euren Tieren. Dann sucht eine andere Person, die sich in dem Zeitraum dann um eure Tiere und vor allem um eure Wellensittiche kümmert. Trotzdem kann man sagen, dass Wellensittiche höchstwahrscheinlich nicht an Corona erkranken können, da es einfach keinen Fall gibt, in dem ein Wellensittich Corona hat. Also was das angeht, kann ich euch in diesem Sinn beruhigen. Also Wellensittiche können sehr, sehr wahrscheinlich kein Corona bekommen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Trotzdem solltet ihr halt einfach mit Viren, Bakterien etc. und gerade wenn ihr erkrankt seid, aufpassen. Das war es an dieser Stelle auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass es euch helfen konnte. Denn wenn ihr euch Sorgen gemacht habt oder wie auch immer, kann euch dieses Video vielleicht beruhigen und noch etwas helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!